nicht hängen bleiben irgendwo nicht hängen bleiben das mit dem licht ist cool hier das ist der richtige regen ey 40 minuten das ist knapp verdammt nochmal richtig knapp 30 minuten da klappt man schon wieder um mann minen arbeitsstufe 3 werkarbeiter leckerbissen ok naja ich weiß null oder hat ein bisschen was gemacht so was gibt es in überhaupt topas quarts erdkristall ok ich bin schon wieder die poster von diesen nein 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 aber jetzt regnet ist immer drin naja immer in zwei fische noch davon noch was gut kartoffeln habe ich noch mit gehabt naja warte mal was das war das war eigentlich gerade was oder soll die maus noch nicht fertig hier du hast glück dass ich die letzte nacht gefunden habe du warst unmächtig und jemand hat deine taschen durchsucht ich habe keine ahnung wie viel geld er mitgenommen hat auch was aber es ist sofort weg gerannt als ich näher kam passt besser auf schweinebacke hier hin beschwert das weg der kirschbombe ist so jetzt ganz interessant geworden beim rest topas glaube ich gleich weg packen und das fleisch kann weg und das kann weg und das kann weg ok wir haben fast 2000 regnen tut soweit um 9 uhr macht das ding erst auf hier sind ganz komische geräusche wir können auch dann echt gucken dass wenn wir das hier mal fertig haben oder vielleicht auch schon woanders dann ein paar bäumchen setzen wir haben so viele kupfer bahn aktuell das ist echt gucken dass wir dann dementsprechend hier ein bisschen was zusammenbekommen in sachen ahorn sammeln das ist eigentlich auch noch ganz gut glaube ich ich weiß es nicht aber so fünf bäumchen glaube ich so damit über zehn bahn bin ich glaube ich locker bin wir haben jetzt ja richtig gut kupfer arm anfang war echt problematisch aber jetzt ist es ja hier so jetzt laufen wir langsamer los bis wir durch die ganze stadt durch sind ist ja eh schon eine halbe taktung wir haben die ganzen geoden die wir machen müssen das sind holz das kann man sich eigentlich mal sparen genauso mit den dings geh rein da jetzt da braucht sie alles gut das ist schön ähm stein haben wir sogar sehr viel holz haben wir naja geht euch also nicht mal so viel holz brauchen wir noch ein bisschen aber stein haben wir schon genug so ach halt nur es kann auch mit weg wie viele bahn haben wir aktuell neun dass wir zehn denn machen das sind zwei sachen halt oben zum beispiel denn die axt sehr gut weil wir viel axt fällen und wahrscheinlich in die gießkanne erstmal also viel felder umgraben tun wir noch nicht das würde ich danach machen und dann dann die sicher aber da sind auch erst mal 8000 euro 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 oder billis oder gold oder katschenkas alles gleich wie heißen die währung hier geldbörse warum ist denn hier geldbörse nix ich hab doch geld da da kann ich ne geldbörse was ne kann ich sein machen ne neu ne erst mal ja genau schon ein paar gefunden hier ja oh was ist das denn oh das ist erdkristall kohle oh hier was neues malachit 19 ozienkopf war so nicht so schlecht und was das schlammsteine aber guck mal die hier alles spenden kann davon bin ich ja mal gespannt aber da fehlt ein buch ich weiß das museum dem museum spenden kommen wir hier ach die geben jeweils belohnung ok pflanzen sie im sommer wächst in zwölf tagen heran möbel stehende geode kann in deinem haus passiert werden cool also das ist im sommer denn erst wir sind im frühling soll ich das weiß jetzt steht das hier irgendwo geldmittel hier steht es nirgendwo hier steht es nirgendwo grünschnabel stufe 4 warum steht es denn hier nicht ist das vielleicht dieses blümchen da hm das kann ich mir verkaufen aktuell braucht man das nirgendwo und dekorationen haben wir jetzt auch schön haben wir es auf stufe 15 geschafft mit dem fahrstudio hatten wir aber jetzt muss ja so ein bisschen kohle machen das heißt wir müssen ein bisschen auf dem hof wieder ein paar sachen weg schaffen so was haben wir bekommen wir haben das bekommen das kann mit weg so weißalge wo hat zack so das erst mal ok genau wir könnten nochmal holz sammeln dass wir es auch zusammen kriegen hier wartet mal raus und raus damit wir es ungefähr zusammen haben mal gucken was passiert so hier wird erst auch mal schön angefeuert aber man bestimmt nur noch ehrlich die hälfte ist übertrieben aber vielleicht finde ich nur noch davon ich weiß es nicht keine ahnung ach ja so gucken wir doch eben mal hier muss im gemeinschaftszentrum muss im gemeinschaftszentrum abgegeben werden ok ja gut dann machen wir es mal was brauchen wir noch ach wir brauchen noch dieses ach wir brauchen dieses seltene holz ja noch Mist ja gut dann brauchen wir es auch so nicht sammeln dann können wir es auch versteuern ey weil es dann sowieso noch nix bringt oh ups go go hier da wird geschimpft draußen wieder hier schönes wetter und ist draußen da auch hier keine gedanken machen wahrscheinlich läuft der nachbarsfurt wieder am zaung und dann laufen die wieder beide hin und her ach nein was war ich denn da ich wollte doch unbedingt das ding abreißen ey ich dödel ey ey man 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 ach wir hatten noch ein neues ding sech hergestellt das kann so rein dass das kann ja mal verkaufen es war das hat es behalte ich das alter hat es kann weg das ist gut so ein bisschen geld wieder hier machen ein bisschen geld und überhaupt ich kann jetzt diese stein hier aufstellen ja gut okay ich glaube das war es jetzt soweit die oder unsere haben wir nicht dann legen wir uns erst mal pennen dann haben wir ein bisschen geld doch ja schlafen legen ja sammeln stufe 4 cool axelett herstellung rezept kohlebrennofen kohle raus war auch neues rezept wilde saad sommer kohle das geld geben hier ja baby bleiben sie sich jetzt hat alles hier gebracht hier ein bisschen mal was gemacht hier an geld mann 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 ich bin so wir haben ein neues rezept bekommen ne gold bohren na gut das ist eh nicht so dolle aber hier da ist gewürzbeere weintraube edelwicke hier wächst nichts so wirklich morgen treffen wir uns vor dem jährlichen blumentanz wenn du einen partner findest kannst du vielleicht sogar selbst an tanz teilnehmen im westen der stadt ist eine kleine lichtung wo wir den tanz abhalten werden kommen zwischen 9 und 14 uhr wenn du daran sie bist bürger was liebes ist im westen lichtung west ist keine lichtung da oben oder was aha diesen brauche ich nicht die werden nicht fertig ich glaube die werden gleich fertig obwohl ich auch gesagt das eine dauert 13 tage bis es fertig ist 13 rechnen aber wo soll ich jetzt überhaupt hinlaufen zum makaro noch gleich laufen der macht das im neuen auf dann stehe ich mir die beine in den bauch dann wird noch ein bisschen gefällt eine gold ich bin doch nicht mal so weit gold überhaupt zu bekommen hier irgendwie an die end so schön dass ich den auch kaputt machen kann wohl die zwei nicht aber ist okay ich bin fest der meinung dass ihr hier oben nicht mal weg wart ihr wart hier weg hallo danke da bin ich ganz fest der meinung dass ihr schon kaputt wart ja ein bisschen geld muss ja drin sein hier ne wir geben gleich mal in 2000 wieder aus hier so sieht das aus zwei Bäume müssen wohl noch gehen windows m m m m m m